Magdalene Mekde-Milkacz ist eine polnische Schauspielerin und ein Model. Leben, Magdalene Milkacz spielte ihre erste große Filmrolle in Quo Vadis des Regisseurs Jerzy Kavalerović. Sie war auf den Covern der Magazine Pani, Fiver L und Cosmopolitan. Seit 2008 lebt sie in New York City, wo sie eine Schauspielausbildung absolviert. 2007 heiratete sie den US-amerikanischen Anwalt und Geschäftsmann Adrian Aschkenazy. Sie haben seit 2009 gemeinsam eine Tochter. Filmografie 1989 Paziović 2001 Quo Vadis 2003 Fanfan Tulipan 2004 Preis des Verlangens 2005 Solidarity 2007 Falszeze Pafrotsfori 2008 Kiroka 2009 Taras Bulba 2009 Where is Luellbaum? 2011 Och Karol Zweite Fernsehen 2010 Top Model Zostan Modell KN TVN Moderatorin und Trainerin Agenturin Wilhelmina Models Eastern Models 2015 40 Deutschen 2015 2011 2013 darnорт 2020 2021 2015 2016 2015